Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal mit eurem Brocke, meine lieben Freunde. Ja, Patch 9.1 zieht sich leider noch ein bisschen und vielleicht möchte nun der ein oder andere von euch noch Dungeons und Raid Erfolge machen, um sich eventuell ein paar Erfolgspunkte zu sichern, das ein oder andere Mount seinen eigenen zu dürfen oder sich einen wunderbaren Titel noch erarbeiten, den er eventuell noch gar nicht gemacht hat. Und um das zu machen, müsst ihr in den bestimmten Dungeons oder Raids natürlich bestimmte Mechaniken spielen, damit ihr überhaupt den jeweiligen Erfolg aus dem jeweiligen Dungeon oder Raid überhaupt bekommt. Und mit einem bestimmten Addon könnt ihr euch das Ganze nun vereinfachen, müsst nicht mehr lange suchen, denn das Addon hilft euch dabei wirklich enorm, diese Erfolge zu machen. Um welches Addon es sich handelt, möchte ich euch hier einmal auch ganz kurz zeigen und zwar Instant Achievement Tracker nennt sich das gute Addon. Ich werde es euch unten auch in der Videobeschreibung nun verlinken. Ja, ganz einfach, wir klicken hier einmal drauf, dann öffnet sich das Addon, dann könnt ihr das Addon, wenn ihr Archivements im Raid und im Dungeons machen möchtet, das Addon einfach aktivieren. Solltet ihr keine Erfolge machen, dann könnt ihr das Ganze auch hier einfach wieder deaktivieren, dann passiert da erstmal nichts weiter. Dann könnt ihr nun Erfolge, die beobachtet werden, an die Gruppe ansagen, das heißt, wenn ihr bestimmte Erfolge beobachtet, werden diese euch im Gruppenchat sozusagen einfach reingespampt, wenn ihr mit eurer Stammgruppe oder mit Freunden, Gildenkollegen das Ganze macht, seid ihr in den meisten Fällen im Discord oder auch im Teamspeak drin, daher müsst ihr natürlich dort am besten die Gruppenansagen gar nicht erst senden. Zeige Nachrichten als Wait-Warnung, das ist immer ganz wichtig, da werden bestimmte Warnungen nochmal angezeigt, die die Erfolge betreffen. Ja, dann könnt ihr hier noch einmal einen Ton einschalten, wenn der Erfolg abgeschlossen ist oder natürlich auch einen Ton einschalten, wenn der Erfolg fehlgeschlagen ist, so bekommt ihr das dann einfach mit und wisst, okay, jetzt kann ich den Boss töten, wir haben den Erfolg bei dem und dem Boss geschafft, hat mir der Ton gerade signalisiert oder wir können den Boss töten, der Erfolg hat mir gerade, der Ton hat mir gerade signalisiert, der Erfolg ist leider fehlgeschlagen. Ja, Infos im Rahmen, ruhig einfach eingezeigt lassen und das gute Add-On, wie gesagt, kann euch von Warth of the Lich King bis Shadowlands bei allen Schlagzug- und Dungeon-Erfolgen nun helfen. Und zwar wie, möchte ich euch zeigen, als Beispiel, ihr geht jetzt hier nach Shadowlands und möchtet einen bestimmten Erfolg machen, dann sagen wir jetzt einfach mal, wir nehmen hier jetzt mal Theater der Schmerzen, dann steht oben jetzt einmal, an welchem Mob, also an welchem Boss-Gegner es geht und der Erfolg heißt Totes Trio, ja, dann steht da drunter die Taktik, also was ihr machen müsst, um diesen Erfolg zu beenden, besiege einfach jeden der Bosse zuletzt. Dann gibt es einen kleinen Hinweis manchmal noch dazu, du kannst den Dungeon mehrfach ausführen, um den Erfolg an einem einzigen Tag abzuschließen. Ja, und das könnt ihr hier überall machen, ihr könnt dann hier Halle der Sühne anklicken, das wird auch immer aktualisiert und dann steht hier wirklich einmal die Taktik, was ihr machen müsst und auch Hinweise, wie ihr das in manchen Sachen einfacher machen könnt. Das Ganze könnt ihr, wie gesagt, für BFA benutzen, für Legion, Warlords of Draenor, Myth of Pandaria, Cataclysm und auch für Warth of the Lich King habt ihr hier alle Raids und auch die ganzen Instanzen sind hier alle zusammengepackt und so habt ihr einfach die Möglichkeit, wenn ihr, was weiß ich, im Myth of Pandaria Mogu-Schadengewölbe laufen wollt, könnt ihr hier einmal aufmachen, dann steht hier direkt der Erfolg bei Elegon und die Taktik, was ihr machen müsst, könnt ihr sogar drüber gehen, wird euch dann oben auch nochmal alles angezeigt. Einmal natürlich dann lesen, so braucht ihr nicht dauerhaft irgendwie in Instanzen, also auf irgendwelchen Webseiten suchen, okay, was muss ich da machen, das kombiniert das ganze Addon für euch einfach hier, damit ihr es so leichter habt, einfach Erfolge abzuschließen, um bestimmte Mounts, um bestimmte Erfolgspunkte noch zu bekommen, die ihr haben wollt oder natürlich auch den einen oder anderen Titel, der euch vielleicht interessiert, noch einfach jetzt bis 9.1 rauskommt, so mit diesem netten Addon auf jeden Fall abzuschließen. Wie gesagt, ist sehr praktisch, einmal draufklicken, einmal hier, dann seht ihr direkt, was ihr machen müsst, Taktik lesen, alternativ natürlich auch immer den Hinweis beachten, bei manchen Sachen werden euch auch Bilder hinzugefügt, ich glaube, da hatten wir hier eine andere Seite, da wird dann auch nochmal ein Bild hinzugefügt, damit ihr das Ganze auch noch einmal besser sehen könnt, wenn ihr das lest, um das zu machen. Da seht ihr das dann aber, wie gesagt, bildlich auch nochmal in manchen Sachen, wo es vielleicht etwas komplizierter sein kann, dass man das Ganze vielleicht nicht direkt durchs Lesen hundertprozentig versteht, dann wird das manchmal auch noch bildlich hier dargestellt. Also da kann ich euch mit dem Addon auf jeden Fall nur empfehlen, geht los, macht noch ein paar Dungeon und ein paar Welt-Erfolge, um eventuell euch, wie gesagt, Titel zu holen, Mounts zu holen oder wenn ihr allgemein natürlich auf Erfolgspunktejagd seid, um die Erfolgspunkte einfach noch ein bisschen aufzustocken. Wie gesagt, das Video befindet sich, ähm, das Video, genau, ne? Das Video? Nein. Das Addon befindet sich unten direkt in der Videobeschreibung verlinkt, da könnt ihr direkt draufklicken, könnt euch das installieren. Alternativ könnt ihr es auch natürlich einfach bei WowUp oder natürlich bei dem Curse Client eingeben, installieren und dann könnt ihr direkt einfach damit losstarten mit euren Freunden, Gildenkollegen und euch die Erfolge noch holen, die ihr euch gemeinsam erarbeiten möchtet. Und wenn das kurze Informationsvideo diesbezüglich euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, dann weiß ich, dass es euch auf alle Fälle gefallen hat. Schreibt auf jeden Fall gerne auch was in die Kommentare, sofern ihr was dazu schreiben möchtet. Ansonsten, wie gesagt, ein Daumen nach oben, freut mich, denn Support ist kein Mord und jedes Däumchen ist ein Schäumchen und bringt einfach meinen Kanal natürlich auch noch voran. Daher vielen, vielen lieben Dank dann auch an euren Support. Falls ihr von mir nichts mehr verpassen möchtet, so könnt ihr jetzt jederzeit gerne rechts außen einmal auf Abonnieren drücken, und dann seid ihr immer auf dem Laufenden, was ich gerade wann, wie und warum mache. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen, angenehmen Tag. Haut da rein, ich bin raus, euer Brocken.